Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer sehr sehr lustigen Challenge hier bei Ungeschlagen, nämlich von TheGamingHD, er hat vorgeschlagen, mach doch mal die Wikinger Challenge, spiele Endergames, nur mit Echsen und bei jedem Kill musst du schreien wie ein Wikinger, also so einen lauten Wikinger schreien machen. Irgendwie haben heute alle so die gleichen Skin hier, aber es geht ab. Ich denke mal, es liegt daran, weil der Server gerade neu gestartet ist, aber ja, sieht sehr lustig aus und jetzt gucken wir mal, wir brauchen ganz schnell, ja, wir haben genug Eisen, um eine Axt zu machen und dann, wo noch mehr Eisen, ja, schlägt das ganze Eisen, okay, dann holen wir uns erstmal ein bisschen Rohstoffe und dann bauen wir uns erstmal direkt eine dicke Eisen Axt und dann rasten wir richtig aus, machen wir den Wikinger Mode. So, ja, Leute, ich habe euch heute, ich habe mir heute Morgen gedacht, als ich aufgestanden bin, heute ist doch ein echt schöner Wikinger Tag, da muss man sich auch mal gönnen, so, und jetzt haben wir eine schöne Eisen Axt, ja, läuft bei uns, und da ist ein schönes Schweine, Wikinger, darf ich auch beim Schweine Kill schreien? Ah, Spaß, beim Schweine Kill schreie ich nicht, aber bei Menschen Kill, dann schreie ich richtig, ich bin Wikinger. Okay, ähm, drei Sekunden und unser Wikinger, äh, Geist, ja, der uns natürlich in unserem Wikinger Herzen schlägt, oh, sind schon direkt mehrere Leute. Hallo Patricia, ich liebe dich, oh, kennt ihr noch diese super RTL Chaträume, wo Leute immer, wo so ein Häschen immer was vorgelesen hat? Jetzt nehme ich das in meinen Videos, Leute, das geht ab. Okay, der Typ, der hinter dem Baum, der will, der will, der will auf Mucken, auf Mucken. Oh, Junge, der Wikinger, Wikinger Mode, Wikinger Mode. Oh, der ist tot, oh, 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 oh Das können nicht viele Leute deuten, aber Wikinger können das. Oh, der hat nur noch mehr Eisen. Sehr gut. Wie viel Eisen habe ich jetzt? Drei, das reicht aber nicht. Das reicht aber nicht. Ach, ihr seid doch Olaf und Olaf, oder? Nee, nee, die heißen alle was. Doch, nee. Nee, nee. Der letzte Eisgünter. Darf ich euch vorstellen? Olaf-LP und Olaf-Games. Ja, und ich bin Olaf gespielt. Let's Olaf. Ich bin Olaf HD. Let's Olaf. Jetzt wird auf jeden Fall der Kanal Let's Olaf erstellt. Ohne Witz. Olaf-Mon. Oh, oh, der Typ, der kommt näher. Oh, jetzt kommt der Wikinger-Mode. Wikinger-Mode. Okay, da oben ist er. Das ist ein Känguru. Ist das der Ralf-Mode? Ist das sowas ähnliches? Ich schalte um. Ich schalte um. Ich schalte um. Ich schalte um. Oh, nein. Oh, wir sind fast. Nein. Oh, wir sind gestorben. Eigentlich können Wikinger nicht sterben. Hä, was ist hier los? Ach, wir sind jetzt der Geist, weil Wikinger können als Reis. Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt in der nächsten Runde und dann holen wir uns eine Diamant-Axt, sonst kommt Olaf, ey. Schönen Live-Eriksson-Tag wünsche ich euch und wir kommen zur zweiten Runde. Ich hab das zu hämmern. Nee, bitte nicht. Nein. Nein, bitte. Die Wikinger sind auch ein bisschen obszön, muss man dazu sagen. Wir haben alle keinen Skin. Doch jetzt hat ein paar Leute am Skin hier. Läuft bei euch. Und dann hoffen wir mal, dass wir diesmal eine Diamant-Axt kriegen, denn... Nein, aber wir haben eine Eisen-Axt schon mal wieder. Oh ja, komm. Oh ja. Schleck mal die Sachen aus, der Geist dahin. Oh ja. Okay, gehen wir mal da lang. Oh nee, Falsschaden. Nein, der Wikinger kriegt keinen Falsschaden. Ich hab übrigens das Wikinger-Kit drin, das kann nur mit Ächsen kämpfen und macht immer einen Kriegsschrei, wenn es niemanden tötet. Falls ihr euch fragt, was für ein Kit ich benutze. Ist doch logisch. Das sollen die mal reinmachen. Ja, macht mal. Liebes Gomme-Team, ich wünsche mir das Wikinger-Kit, dass mit Ächsen zwei Schaden mehr macht. Nee, das wäre zu viel, oder? Immer, wenn man einen killt, kommt so ein Gas-Geräusch. Ja, ist ein richtiger Wikinger-Schrei. So schreien die Wikinger. So. Ja, bitte, Gomme-Team, macht einen Wikinger-Kit. Ich würde das auch spielen. Einmal. So. Ich möchte eine Streit-Axt haben. Nee, oh, Schuhe. Wir haben sogar diesmal Eisenschuhe. Und jetzt gleich geht es schon los. 29 Blöcke. Oh, da vorne ist einer. Oh Gott. Oh Gott. Wikinger-Mode. Aktivieren. Ich steile um. Ich steile um. Okay, Wikinger. Oh, der Typ. Oh, er ist auch ein richtiger Wikinger. Er hat einen Bogen. Oh, shit. Das ist eher so Höhlen-Mensch-Schrei. Nee, nee, so schreien die Wikinger. Oh, nein, getötet. Oh, er hat einen Schreit, er hat einen Schreit, er hat einen Schreit. Oh, oh. Oh, oh. Bist du geportet, Alter? Oh, 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 oh. Ja, oh, oh, oh. Ist das nicht übersteuert, Leute? Das ist nicht übersteuert? Hast du das gesehen? Oh, ich bin geportet. Das ist nicht übersteuert, Leute. Hat das gesehen, wie ich ihn getötet habe? Alter. Das war krass, Alter. Das war eine gute Aktion. Das war eines Wikinger's Wrath. Denn der Wikinger hat nicht nur eine Axt, er hat auch einen Bogen. Denn Wikinger, die sind auch früher gute Bogenschütze gewesen. Ja, das stimmt. Aber man benutzt den Bogen nur, wenn man mindestens dreimal mit der Axt geschlagen hat. Das ist bei der Wikinger Tradition. Das ist der Wikinger Credo. Ja, der Wikinger Swag. Der Codex, der Wikinger. Okay, Leute, wir sind gut dabei. Und wir haben bis jetzt noch keiner übersteuert, diese Runde. Das finde ich auch besonders gut. Ich finde die Qualität, sollte ja auch in den Videos nicht darunter leiden, wenn man irgendwelche sinnlosen Challenges macht. Das ist immer wichtig. Ihr seid so, ich muss euch ein bisschen, hier, so. Ey, das ist echt gut, sonst ist nicht so anstrengend. Ja, ja. So, Wikinger machen das für ihre Freunde. Aber nur, weil ich Wikinger bin. Oh, da ist eine Kiste. Bitte. Oh, ja, Wikinger Power. Okay. Ich mache mir einen Wikinger Höschen. Alles ist Wikinger. Hm, Wikinger Enderpellen. Und Windiker Schneebälle. So. Okay. Es sieht ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus für uns. Oh, da ist noch... Oh, hinter uns ist einer. Hinter uns ist einer. Aber es ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt, wir haben den Speed genommen. Wiking Mord mal nicht. Oh, er hat... Oh, die haben beide Diaschwert. Die haben beide Diaschwert. Die haben nicht im Team. Nee, die haben nicht im Team. Ich hole mir erst mit den einen. Und dann hole ich mir den anderen. Lasse. Oh, nein. Nein, nein. Aber du bist gestorben. Ich bin gestorben. Aber einen habe ich mit... Ich habe den mit dem Diaschwert mitgerissen. Aber leider hat der andere mich mitgerissen. Ich glaube, du bist gar kein Wikinger. Doch. Das zeige ich dir in der letzten Runde. Ich bin ein schlechter Wikinger. Wir sehen uns in der richtigen Wikinger Runde, Leute. Das waren alles nur die... Wie nennt man die Kinder von Wikinger? Wikinger. Kinder. Das waren die... Das waren die Wikinger Runden. Aber ich habe mich vertan. Wisst ihr? Ich dachte, ich wäre Vicky. Aber jetzt. Jetzt mache ich die richtige Wikinger Runde, Leute. Jetzt geht es los. Wir sehen uns dann bei der richtigen Wikinger Runde. So, wir kommen zur richtigen Wikinger Runde. Wir hatten ja bis jetzt die Wikinger Runden. Aber jetzt, Leute. Jetzt machen wir richtig. Und diesmal brauchen wir eine Dia-Axt. Ja, schmeiß den Wikinger Hammer weg. Sorry, sorry. Wir brauchen diesmal eine Dia-Axt. Wie kriegen wir die? Oh, es geht los. Oh, Simon. Du kannst die Kamera noch ein bisschen höher stellen. Wieder. Drei Diamanten. Wir haben genug für eine Axt. Jawohl, das ist die richtige Wikinger... Ich habe euch gesagt, das ist die Wikinger Runde. Ich habe euch gesagt, das ist die Wikinger Runde. Und jetzt. Jetzt geht die Wikinger Runde los, Leute. Jetzt geht die Wikinger Runde los. Komm schon. Skipp. Skipp. Okay. Skipp. Das machen übrigens auch Wikinger, diese Geräusche. Das ist der Stammeskult. Die Kraft der Geister der Vögel. So. Jawohl, ich kann eine Dia-Axt machen. Schisch. Schisch. Oh, die Wikinger-Axt des Todes. Das ist echt die Wikinger-Runde. Ja. Pam, 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 pam. Wikinger-Gebräu. Jawohl. Meth. Ja. Besserer Meth. So, jetzt. Jetzt, Leute. Ich habe zwar keine Rüstung, aber es ist mir scheißegal. Das Geile ist an der Wikinger, das Geile ist, du kannst dich nur schnell Leute töten, du kannst auch schnell Bäume abfallen. Jawohl. Ja, das ist eine Dia-Axt, das habe ich nicht gerechnet, ne? Stribi. Ja, aber ich kann alles wegfällen hier. Wikinger können nämlich, ist er noch berühmt dafür? Ne, Stribi, da hast du nicht gerechnet. Ja, Stribi, ich bin immer noch bei dir. Ja, jetzt rennst du, ne? Aber du von den Wikinger kannst nicht entkommen. Oh, Stribi, doch. Ne, Stribi. Ne, Stribi. Von den Wikinger. Du kannst nicht entkommen von den Wikinger. Nein, Stribi. Nein, Stribi, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend, Stribi. Oh, er springt runter. Stribi, der Wikinger. Stribi, bleib stehen, verdammt. Wikinger laufen nie weg. Stribi, Wikinger laufen nicht weg. Oh, habe ich ihn. Da habe ich ihn. Oh, oh Gott, oh Gott, mein 70. Belöken ist er in der Nähe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, scheiße, scheiße. Glaubst du nicht, dass er über dir ist? Doch, wahrscheinlich irgendwo über mir. Wahrscheinlich, ja. Feuer. Hier, Wikinger legen auch gerne mal Feuer. Das stimmt. Wikinger sind alle Pyromaren. Alter. Pyrokinger. Oh, oh. Jetzt kommt der, jetzt kommt der. Oh, ich bin frei. Ich bin wieder frei. Der Wikinger mögen es auch nicht, wenn die in der Höhle drin sind. Das mögen die Wikinger einfach nicht. Ich habe immer auch keine Rüstung. Das heißt, der Nächste, der uns findet, der wird uns wieder töten. Das ist das Problem. Weil es einfach nur Lack ist, dann, wenn man halt keine Rüstung hat. Wir brauchen unbedingt Rüstung. Wikinger haben immer starke Rüstung an, aber wir finden leider keine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, feinreich Blöcke. Der Typ, um den Neher. Da vorne ist er und er hat eine Rüstung. Er hat eine verdammte Rüstung. Er hat eine verdammte Rüstung. Gib mir deine Rüstung, Mann. Ich bin ein Wikinger. Gib mir deine Rüstung, ich brauche die. Oh, was denkt der? Ja. Ja, wir haben eine Rüstung, Leute. Wir haben eine Rüstung. Das war der hässlichste Punkt, den ich je gemacht habe. Wir brauchen Essen. Wir brauchen jetzt noch Essen. Wikinger mögen auch gerne Essen. Das ist auch die Sache bei Wikinger. Das ist das Problem. Wikinger wollen immer alles. Aber nur Fleisch. Ja, Wikinger brauchen Fleisch. Simon. Ja. Warum bist du ein Wikinger? Hä? Ich bin immer schon Wikinger gewesen. Ich bin gar nicht. Hä? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Typ ist hier in der Nähe immer noch. Ich bin wieder in die Höhle geportet worden. Scheiße. Vegakinger. Alter, jetzt bin ich in der Höhle drin. Guck mal, wie cool auf der Facecam die Longboards sind. War das krass? Skripp. Skripp. Scheiße, ich will hier raus. Aber es ist nicht so einfach. Ich muss raus. Ich will hier raus, aber ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt von oben jemand kommt. Oh, weg hier. Ich bin frei. Ich brauche Essen. Ich brauche ganz dringend Essen. Ganz dringend. Oh, da ist ein Speedblock. Den gönne ich mir jetzt. Und jetzt hau ich ab. Okay, Wikinger müssen auch mal Rückzug, weil Wikinger sind auch Strategen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Oh Gott, ich brauche Essen. Das kann ich gleich nicht mehr sprinten. Wikinger. Da sind Schweine. Wikinger mögen auch gerne gebratenes Schweinefleisch. Deswegen zünden die die Schweine vorher an. Das ist zwar barbarisch, aber Wikinger sind ja auch als Barbaren bekannt. Komm schon, jetzt brauche ich das Fleisch. Komm schon. Wo bleibt sie? Oh. Oh, 19 Blöcke. Alles okay. So, Wikinger haben wir mal Abstand zu den Gegnern. So, Leute. Weg hier mit dem Schwerzen. Scheiße. Wikinger mögen keine Scheiße. So, Wikinger mögen nur Serious Gameplay. Okay. Okay, Leute. Die Wikinger. Ich drehe das mal besser. Okay, die Wikinger legen jetzt los. Okay, Leute. 35 Blöcke. Oh, jetzt wird's schwammt. Jetzt wird's. Können wir tot sein? Ja. Oh, der hat ein Diaschwert, verdammt nochmal. Aber hat er auch Wikingerkräfte? Oh, er hat auch einen Bogen. Oh, schau. Oh, schau. Nein, da kommt ja noch einer. Der kam von hinten einer. Aber das war eine Runde, die auch eine Moral hat. Warum haben wir dreimal verloren? Warum haben wir dreimal verloren? Denkt mal nach. Die Wikinger sind ausgestorben. Weil die hatten so schwere Helm. Ja. Das ist die Moral von der Geschichte. Wikinger sein lohnt sich leider doch nicht. Finde ich schon. Ja? Ich bleib YouTuber. Aber ihr könnt ja beider Wikinger bleiben. Wenn euch die Challenge gefallen hat, ja? Das ist auf jeden Fall eine Wertung da. Vielleicht laden wir noch ein paar Wikinger das nächste Mal mehr ein. Dann gibt's eine riesige Schreiorgie. Wenn ihr wollt, dann machen wir die Challenge auf jeden Fall nochmal. Heute hat's leider nicht geklappt, weil es sind zu viele von diesen, ja, Wikinger-feindlichen Menschen unterwegs. Ja, schrecklich. Keine Ahnung. Wenn man dann Helm mit Hörner auf dem Kopf trägt, ist man dann plötzlich ein anderer Mensch? Wenn man einen langen roten Bart hat und Zöpfe, ja? Ist man dann plötzlich, wenn man auf dem Meer segelt und mit so Schiffen, wo vorne so Drachenköpfe dran sind, ist man dann plötzlich so viel wert wie ein anderer Mensch? Ist das so? Ja. Ne. Ich möchte die Folge jetzt auch mal nutzen, um gegen Wikinger-Rassismus anzugehen. Wenn ihr einen Wikinger seht, gebt ihm die Hand und wehrt ihn nicht ab. Wikinger haben es nicht einfach. Wikinger haben einen schlechten Ruf, einfach. Ist einfach so. Habt ihr schon mal einen Wikinger mit einem guten Ruf gesehen? Ja. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein bisschen die Mentalität der Wikinger näher bringen. Ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr ein Wikinger seid oder doch nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao bei den kleinen Brudis vorbei. In der Beschreibung vorlegt. Haut rein und ciao. Ciao.